wir sind wach und wir haben richtig geiles sommerwetter und wir werden hier von diesen kleinen fliegen belästigt die sind die ganze zeit auf unser kopf aufgefallen und rauf geflogen und sowas und das ist jetzt gerade schon wieder so schön warm wie in hochsamme ungefähr frühstück wird angebraten und zwei essen von gestern das ist unser frühstück für heute weil das ist dann zwar früh frühstück wir haben gerade gefrühstückt und der d3 scheppert wieder vernünftig so dass ich mein fummel schon wieder ausgezogen habe und das hier das ist ein portugiesischer fluss und das hier das ist ein richtig fettiger portugiesischer krebs der ist richtig fett und der sieht richtig portugiesisch aus guck mal hier vorne sind noch mehr diese portugiesische krebse oder hummer oder was das sein soll die sind richtig fettig und sowas ich habe im portugiesischen fluss blubberblasen gemacht und das ist ein ziemlich kalter fluss weil das wasser bewegt sich und hier sind ganz viele diese fische und sowas genau das sind die portugiesische fische oder guck mal wir haben diese temperatur hier das ist portugal wetter so muss das sein so gehört sich das das ist richtig geil so ein wetter hätte ich gern deutschland perfekt ist die drei schepperungswetter ich mag das